Heute möchten wir euch zeigen, wie man Kieferschmerzen behandeln kann. Wenn ihr nicht gerade einen Boxhieb erhalten habt oder der Zahnarzt hat euch einen Zahn gezogen, dann kommen die Kieferschmerzen eher von der Statik des Körpers her. Der Kiefer kompensiert nahezu alles, was im Körper nicht richtig steht und gleicht es entsprechend aus. Und daher möchte ich gerne wieder mit den bekannten Übungen der Mobilisation der Wirbelsäule beginnen, damit das erstmal weitestgehend ausgeglichen wird. Ihr solltet euch wieder, wenn ihr habt, auf eine Faszienrolle legen und dann entsprechend euch vor- und zurückschieben, sogar bis zu den Rippen und bis zum Nacken. Und damit habt ihr schon einen Großteil der Fehlstellungen des Körpers ausgeglichen. Jawohl, vielen Dank. Da fast alle eine starke Seitennahmung der Halswirbelsäule nach rechts haben, würde ich dich bitten, dich auf die rechte Körperseite draufzulegen, wieder auf die Rolle und den Kopf nach unten mobilisieren, damit die Halswirbelsäule eine Gegenrichtung erfährt. Dadurch dreht sich auch der erste Halswirbel, der sehr, sehr nah am Kiefer liegt. Ihr könnt es bei mir sehen. Hier habt ihr den ersten Halswirbel, der unmittelbar am Kiefer liegt. Genau, vielen Dank. Jetzt gehen wir den Kiefer direkt an. Und zwar kann man mit dem Daumen unter den Gaumen gehen und den Druck nach oben für circa zwei Sekunden erhöhen und wieder fallen lassen. Ganz genau. Ihr mobilisiert damit auch noch nebenher die Hirnanhangsdrüse und die Zirbeldrüse, was sehr wichtig ist für die hormonelle Tätigkeit des Körpers und das Nervensystem. Danke. Den Kopf vielleicht noch ein bisschen weniger bewegen. Und jetzt beide Daumen an den Kiefer setzen und eine Spreizbewegung vollziehen im Inneren. Auch wieder für zwei Sekunden und zusammen gehen. Jede Übung vielleicht fünfmal. Genau. Vielen Dank. Und um eine leichte Traktion, also ein Auseinanderbringen des Kiefergelenks zu erreichen, kann man sich hier unten etwas anhaken am Unterkiefer und hält so ein bisschen hier oben fest und lässt dann den Unterkiefer etwas unter Druck nach unten hin runter gehen. Man greift hinten relativ weit an den Backenzähnen und übt Druck nach unten hin runter aus. Genau. Zur anderen Seite auch nochmal bitte. Ja. Genau. Oben greifen. Vielleicht ein bisschen höher. Genau. Dass man das sehen kann. Exakt. Und ihr könnt mit Ringfinger und Zeigefinger auf beide gehen und dann auch entsprechend nochmal nach unten hin runter drücken. Also hier so ein bisschen die Stirn stabilisieren und dann hier nach unten hin runter den Zug ausüben. Ganz genau. Sehr gut. Jawohl. Dankeschön. Und um den ganzen Kiefer zu entspannen, kann man sich etwas auf die hinteren Backenzähne platzieren. Ich empfehle für zu Hause die Zipfel eines Handtuches zu nehmen. Ihr könnt aber auch euren Zahnarzt fragen, ob er euch ein paar Wattebällchen ausleiht. Und wir machen das heute lustigerweise mit einem Bleistift. Und zwar wird er relativ weit nach hinten in die Zähne gedrückt. Und ihr solltet euch dann für circa 20 Minuten vom Ellbogen her aufstützend einfach, genau, der sollte vielleicht auf einem Tisch gelagert sein oder auf einem erhöhten Punkt oder ihr sitzt in der Hocke und stützt euren Ellbogen auf. Und dann könnt ihr durch den Druck hier vorne diesen gesamten Bereich der Kiefer, vielleicht nimmst du ihn leicht zur Seite, dann kann man dich sehen, genau. Und dann wird diese ganze Muskulatur des Kiefers, Masseta und dergleichen, entspannt und befreit sich und wird locker. Genau. Vielen Dank.